Was nicht passt, wird passend gemacht. Das ist hier das Motto. Das ist auch ein Vorteil. Das hat bei dem Modus natürlich auch einiges verhindert, wenn man nicht getötet wird beim Bauen. Sollte man halt die Nacht nutzen zum Schlafen. Dann kann ich die Nacht auch gerne mal nutzen, um ein bisschen zu bauen. So, sehr schön. Das erste Grund, den es steht. Da kommt aber noch hinten dran was. Sekunde, da muss ich natürlich mal gucken. Kommt noch eine Reihe Steine hinten dran. Das machen wir natürlich erstmal mit den Eichenstämmen abstecken. Ja, der muss weg. Ja, der muss weg. Viel Erde muss weg. Auf dem Niveau wollen wir bauen. 2, 3, ja. Und hier die Reihe. 1, 2, 3. Sehr schön. Da kommt Stein hin. Noch mal so eine Art Hinterhof. Ne, das war schon zu viel. Egal eben wann wir nachher wieder rennen. 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,2, 0,1, 0,2, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1... Sehr schön. Eel Eel Bauen, 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 bauen Sehr schön, da haben wir hier schonmal einen kleinen Grundriss Nein, du kriegst mich nicht Obwohl er mir nichts tun kann, ich kann ihm was tun Das dauert lange mit einem Stück Stein Ok, na dann Großartig Oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020